Hallo zusammen, da bin ich mal wieder willkommen bei Snake Oil Audio. Ja, weiter im Text. So, Musiktipp. Ja, Musiktipp, da hat mich diesmal der Patrick inspiriert. Patrick Sound in Grooves, schöner YouTube-Kanal, der macht regelmäßig Plattenvorstellungen und so weiter, ab und zu auch Hi-Fi, nee, nicht ab und zu, schon regelmäßig, also bei ihm geht's vorrangig um Musik, aber auch um Hi-Fi. So, das, ja, Patrick hatte sich die Thriller gekauft, die Mofi-Version, um die Mofi-Version zu testen, wie sie ihm denn gefällt und so weiter und so fort. Und damit begann eine gewisse Odyssee. Ich werde ja jetzt nicht alle Details irgendwie erzählen, am besten hört ihr euch das von Patrick an, der erzählt die Geschichte sehr schön. Jedenfalls gab's da so Probleme mit der Schaltplatte und so weiter. Mofi hat sich da, keine Angst, das ist kein Bashing-Ding, Mofi hat sich da extrem fair verhalten und das versucht, oder nicht versucht, sondern das auch wirklich sehr seriös abgefiedelt und so weiter. Hört euch die Geschichte von Patrick an. Jedenfalls haben die ihm dann als eine kleine Entschädigung, haben sie ihm die iRobot geschickt von Alan Parsons. Und ich sag mal so, die iRobot, ich glaube, jeder, der etwas älter ist, hatte die schon mal in den Fingern, hat die schon mal gesehen und hat die schon mal gehört. Aber ich glaube, die meisten von euch werden das nicht so zum Standard-Repertoire zählen haben, wenn man so ständig hört. Und ich hatte die auf jeden Fall schon ewig nicht mehr gehört. Und Patrick hat gesagt, na, die iRobot ist schon eine echt prima Scheibe und so weiter und so fort. Also, hab ich dann geguckt, ja, hier, wo ist sie? Ah ja, da, alles klar, hör sie dir mal an. Und fand auch, ja, die ist schon so ein bisschen 80er Jahre, die ist Ende 70, ist sie rausgekommen. Die ist schon so ein bisschen 80er Jahre, die hört sich so ein bisschen nach Schulterpolstern und so an, nach dem Spirit der damaligen Zeit. Aber das ist, ja, es ist wirklich eine tolle Scheibe. Also, die kann man auch zigmal hintereinander hören. Die ist wirklich gut. Das hat schon einen Grund, warum die so bekannt ist. Und, ähm, na, Alan Parsons ist nicht so der Typ, den ich irgendwie geil finde. Muss ich mal so sagen. Also, einfach von der Person her. Aber ich finde, der ist schon ein echt guter Musiker. Und dann hab ich so weiter durch Alan Parsons irgendwie so durchgestöbert. Was hat er denn noch so gemacht? Und dann bin ich über eine Scheibe gestolpert, die damals wirklich zu meinen Lieblingsscheiben gehört hat. Und das ist auch meine eigentliche Plattenempfehlung. Tales of Mystery and Imagination Edgar Allan Poe. Ähm, von Alan Parsons. Richtig, richtig tolle Scheibe. Die hab ich damals rauf und runter und wieder und wieder und wieder gehört. Und der Witz ist, obwohl ich sie schon so lange nicht mehr gehört hab, ging es mir jetzt wieder ganz genauso. Also, ich hab die jetzt in den letzten, weiß ich, wie lange ist jetzt Patricks Video her? Zwei Wochen oder so? Also, ich hab die in den letzten zwei Wochen, hab ich die bestimmt fünf bis zehn Mal gehört. Und was ich an der Scheibe wirklich klasse finde, viele regen sich ja heute drüber auf und sagen, ja, wenn du in der Musikbranche irgendwie ernst oder nicht ernst genommen wahrgenommen werden möchtest, dann muss der Refrain nach spätestens 30 Sekunden kommen. Ein Musikstück darf sich nicht aufbauen, der darf nicht langsam anfangen, sondern er muss direkt losballern, direkt Refrain. Und wenn das nicht passiert, dann hat er sowieso schon keine Chance, irgendwie erfolgreich zu sein. Und diese Alan Parsons Scheibe ist das genaue Gegenteil davon. Da baut sich alles langsam auf. Da baut sich die Musik auch wirklich über die gesamte Schallplatte auf. Das ist mehr, ich sag mal, von der Steigerung, wie die Musik so zulegt und komplexer wird und so weiter, ja, es werden die Klassik-Leute werden ein bisschen stärker kriegen. Aber das ist eher wie so ein klassisches Werk. In der Klassik gibt's das ja auch nicht irgendwie Paukenschlag und Refrain, sondern Klassik baut sich ja auch auf. Das geht irgendwann mal los und dann gegen Ende irgendwann gibt's den Höhepunkt und den großen Showdown. Und das hab ich halt bei diesem Pop-Album halt einfach auch, dass sich das, es steigert sich, es ist irgendwie ein Thema und das hat einfach, das hat eine Spannungskurve, dieses ganze Album und das hat mir unglaublich gut gefallen. Hat mir damals wahnsinnig gut gefallen und gefällt mir heute immer noch. Und, ähm, ja, Alan Parsons, also, ich hab dann auch die Island of Sky nochmal gehört und so, also, der hat schon wirklich gute Musik gemacht. Den Typen find ich komisch, also, der ist ja dann irgendwie dieses Jahr auf der High-End da rumgeeiert und hat da diverse Lautsprecher irgendwie signiert und so und Interviews gegeben und, ja, merkwürdiger Typ. Aber, klasse Musiker, gibt's, gibt's keinen Zweifel. Ja, ne, soviel zu meinem, äh, Plattentipp und, ja, wie gesagt, wenn ihr Entertainment wollt, ähm, hört euch diese, diese, äh, Geschichte von Patrick an zum Thema MoFi, ähm, eine echte Odyssee, aber wie gesagt, ist kein Bashing-Ding, weil ich finde MoFi, ähm, die haben sich da schon irgendwie sehr, sehr korrekt und sehr, sehr kulant irgendwie, äh, positioniert und da versucht auch alles zu lösen, äh, was da an Problemen gab und, und so weiter, ne. Ich finde, muss man auch sagen, weil die sind ja irgendwie so viel gebasht worden in der letzten Zeit, äh, da muss man dann aber auch die positiven Dinge sagen, wenn da Sachen richtig laufen. So, ja, jetzt zum eigentlichen Thema. Eintaktverstärker. Ja, ich habe ja in meinem Video zum Thema Phono-Teile, da bin ich ja so ein Stück weit auf so eine Verstärker-Philosophie eingegangen und hab gesagt, naja, der einfachste Verstärker ist ein Stück Draht, ein Stück Draht verstärkt halt nicht. So, das ist eine Verstärker-Philosophie, die extrem viele Leute so zitieren. Völlig unabhängig davon, was die dann tatsächlich für Verstärker bauen. Ja, also, diese Philosophie zitieren Leute, die die absoluten Leistungsboliden bauen, die vor Kraft kaum laufen können und da zitieren aber genauso gut Leute, die da irgendwelche 3-Watt-Verstärker bauen. So, also der, der, der Spruch an sich ist jetzt erstmal nichts Neues und jeder versucht auch sich den auf die Fahne zu schreiben. Trotzdem, da hatte ich gar nicht mit gerechnet, muss ich ehrlich sagen, hatte wahnsinnig viele Leute getriggert, die dann gesagt haben, ja, puh, was ein Scheiß und kann alles gar nicht sein, weil wenn ich 70 Verstärker hintereinander schalte, dann kann das ja nur besser werden, weil ist ja logisch, jeder macht Fehler und 70 Mal Fehler hintereinander, da kann ja nur was bei rauskommen, was total super ist. So, das war so die eine Fraktion, die sich da getriggert gefühlt hat und eine zweite Fraktion hat sich getriggert gefühlt, die dann so hießt, ja, du erzählst uns wieder den üblichen Scheiß von irgendwelchen Röhren und Hörnern und bla bla bla, das ist immer wieder das Gleiche, so versuchen irgendwelche Hornhainis da ihre Philosophie zu rechtfertigen. Ja, auch schön. Ja, ist irgendwie nice. So, ich habe mir dann irgendwie den Kram nochmal angehört. Teilweise, wenn ich so Kommentare kriege, denke ich, hast du da übertrieben, hast du da irgendwie Sachen so missverständlich ausgedrückt, dass man das wirklich nicht schnallen kann, was du da gesagt hast und so weiter. Dabei ist dann rumgekommen, dass ich, ja, jemand, der mir vorwirft, ich mache da wieder Werbung für Röhren und dann habe ich mir das durchgehört und festgestellt, nee, die ersten 20 Minuten erwähne ich das Wort Röhre, das böse Wort Röhrenverstärker, das erwähne ich gar nicht. Also ich erwähne das erste Mal eine Röhre an der Stelle, wo es dann tatsächlich um Röhren- Phonoteile geht. Ja, da ist dann schwierig, wenn ich sozusagen Röhren-Phonoteile, Transistor-Phonoteile und IC-Phonoteile, wenn ich das miteinander vergleiche, dann das Wort Röhre nicht zu benutzen. Er hat natürlich so eine gewisse Schwierigkeit, klar. Aber davor, wo ich allgemein über Verstärker spreche, da sage ich immer nur Verstärker. Da sage ich nicht Röhre. Also da passiert definitiv im Kopf der Beteiligten, was die dann irgendwie triggert, wovon ich überhaupt nicht gesprochen habe. Das ist schon faszinierend. Egal. So, diese Philosophie. Der schönste Verstärker ist ein Stück Draht. Und damit, das habe ich auch schon in dem Phonoteil-Video erklärt, da ist eigentlich vom Ansatz her mit gemeint, baue einen Verstärker so einfach wie es geht. Versuche eben nicht, 50 Verstärkerstufen hintereinander zu bauen. Versuche halt nicht, schubkarrenweise Transistoren da irgendwie parallel zu schalten und so weiter. Das macht den Klang nicht besser. Das erzeugt natürlich mehr Leistung. Das ist klar. Aber den Klang macht das nicht besser. Versuche bei diesen Schaltungen so einfach zu sein, wie es geht. Das ist klanglich von Vorteil. Dann relativiere ich das aber noch und sage, das ist auch so eine Geschichte, die meine Kritiker einfach so komplett überhören. Das ist so ein 5-Minuten-Block, der geht ins eine Ohr rein, dann wird ein weißes Rauschen irgendwie Prozess und aus dem anderen Ohr wieder raus. Keine Ahnung. Ich sage dann nur explizit, ja, dieses Konzept hat seine Grenzen. Weil wenn ich das so richtig konsequent umsetze, dann bin ich da so bei Kleinstleistungsverstärkern, die wo dann wirklich nur noch, ich sage es mal, zwischen einem Watt und drei Watt rauskommen. Dann habe ich das System so richtig konsequent umgesetzt. Und da sage ich sogar, das ist vielleicht ein Touch too much. Weil vom Verstärker, klanglich ist das gut, ja, klanglich ist das klasse. Ich finde nur einfach praktisch, in einer praktischen Anwendung, finde ich einfach keinen Lautsprecher mehr, der damit funktioniert. Und dann kann das ja nicht zielführend sein. Also so wenig Verstärkung wie nötig, macht sich klanglich positiv bemerkbar. Ja, das ist schon so. Aber wenn ich weniger habe, weniger Verstärkung habe als nötig, dann wird der Verstärker irgendwie ad absurdum geführt. Irgendwie ist ja der Sinn von einem Verstärker mir so viel Verstärkung zu liefern, dass es an dem Lautsprecher, an dem Lautsprecher, den ich habe, zu vernünftigen Lautstärken führt. So, und da habe ich, wie gesagt, da habe ich noch explizit gesagt, so diese ganz, 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 ganz kleinen Leistungsdinger, da habe ich dann halt einfach wirklich nur noch drei Lautsprecher zur Auswahl, mit denen das funktioniert. Und deswegen ist für mich persönlich der Sweet Spot ein bisschen höher. Trotzdem dieser Philosophie folgend, trotzdem so einfach wie möglich und so weiter. Nicht mehr Verstärkung, als ich brauche. Ja, aber man darf sich da auch nicht an der absolut untersten Grenze irgendwie orientieren, weil da wird dann, da kommt dann ein Ergebnis bei raus, weil einfach theoretisch schön ist in der Praxis, ist aber nicht mehr wirklich benutzbar. Also, das erzähle ich auch alles, aber wie gesagt, offensichtlich bei den Kritikern geht halt in einem Brauch rein, anderes raus. So, dann ist diese Geschichte mit diesen Eintaktverstärkern. Ja, da machen erstmal alle, ja, das ist ja eine Röhre. Nee, ist das nicht. Ein Eintaktverstärker, das ist ein Schaltungskonzept. Eintaktverstärker heißt erstmal nur eins, nämlich, dass von einem Sinus, Musik ist ja, zu großen Teilen sind das ja irgendwie Sinuswellen. Und so eine Sinuswelle hat halt eine positive und eine negative Seite sozusagen, über Null, unter Null. Und bei einem Eintaktverstärker wird der Sinus nicht die positive Halbwelle auf einer Verstärkerseite mit einem Röhre- oder Transistor verstärkt und die negative mit einem anderen Röhre- oder Transistor, sondern beide Halbwellen, positive wie negative, wird nur mit einem einzigen Transistor oder Röhre verstärkt. Das heißt das. Weil anderes heißt das zunächst mal nicht. Das heißt nicht Röhrenverstärker. Das heißt auch nicht Transistor-Verstärker, sondern das ist einfach erstmal nur ein klangliches oder ein technisches Konzept, wie kann ich da irgendwie meine Verstärkung generieren. Weil anderes ist das nicht. Und das gibt es tatsächlich auch als Transistor-Verstärker. Ja, und ich sage es mal, relativ bekannte Beispiele. Der John Lindyhood. Das ist ein Eintakt-Ding. Das ist ein Transistor-Eintakt. Ja, oder der Nelson Pass hat auch, auch im DIY-Bereich, Transistor-Eintakt-Geschichten gebaut. Diese Pass-Alef-Geschichten, womit der nach Threshold dann weitergemacht hat, das waren Eintakt-Transistor-Verstärker. Da gibt es so ein paar Vertreter. Das ist natürlich zugegebenermaßen nicht das Grohe an Verstärkern. Das sind Exoten. Das ist mir vollkommen klar. Der Standard-Verstärker ist eine Push-Pull-Schaltung. Ja, gerade im Transistor-Bereich ist das eine Push-Pull-Schaltung. Aber ich würde sagen, auch bei Röhren sind die meisten Verstärker Push-Pull-Schaltungen. Eintakt ist der Exot. Das ist das, was man nicht so oft findet. So, durch die China-Verstärker sieht man die jetzt öfter. Ja, weil dieser Gedanke, der einfachste Verstärker ist ein Stück Draht. Das hat ja nicht nur klangliche Vorteile, sondern hat halt einfach auch den Vorteil, ich brauche nicht so viele Bauteile. Und wenn ich nicht viele Bauteile brauche, kann ich das Ding billiger herstellen. Und billig, da steht ja von Haus aus China drauf, also bauen die das natürlich. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob die davon klanglich so überzeugt sind, aber das ist einfach ein Weg, sehr einfach, sehr günstig einen Verstärker zu bauen. Und guckt euch die Dinge an. Das kriege ich irgendwie fertig aufgebaut. Ich sage mal, im Transistor-Bereich so einen John-Lindy-Hood, den kriege ich nagelneu fertig im Case. Funktioniert. Stecker rein, anschalten. So, sie kriege ich für ein bisschen über 100 Euro. Ja, und bei den Röhren so eine E-L34-Eintaktkiste. Für 300, für 300 ein paar kleine. Ja, also schon im deutschen Ebay. Also das ist doch mal ein Wort für einen Röhrenverstärker. Da kann man doch mal nicht meckern. So, und ja, deswegen, wenn ich über Eintaktgeräte spreche, ja, da kommen bei vielen die Assoziationen auf, der spricht jetzt über Röhren, aber nein, wenn ich sage Verstärker, meine ich das erst mal allgemein. Das ist nicht Röhren-spezifisch oder Transistor-spezifisch. Da müsst ihr einfach dann auch genau hinhören, was ich dann da so sage und nicht in eurem Kopf irgendwas Wirres euch zusammenstrecken, was ich einfach nie gesagt habe. So, aber diese Eintaktphilosophie, weil darum soll es ja gehen, das ist eine relativ schöne Angelegenheit. Das hat seine Limitierung. Die Limitierung ist ganz klar die Leistung. Da kommt halt einfach nicht besonders viel Leistung raus aus so einer Kiste. So, ich habe gerade gesprochen, wenn man das so ganz, ganz, ganz einfach baut, dann hat man da irgendwie Verstärker, ich sage mal so einen Darling-Verstärker oder so. Das macht dann teilweise unter einem Watt oder wenn man es mal richtig krachen lässt, dann mal so irgendwie zwei Watt oder zweieinhalb. Hu, 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 da schiebt dann schon richtig böse. Ja, aber das spielt auch gut, wenn man mit so weit, ich sage es mal wie in Appetit, ein ultra leicht anzutreibender Lautsprecher, der im Prinzip nahezu überhaupt keine Kontrolle vom Verstärker braucht und wenn ich mit dem in der Mietswohnung nachts um vier Musik höre, dann ist sicherlich ein 2-Watt-Verstärker total prima. Da braucht man dann definitiv auch nicht mehr und wahrscheinlich kann dann in so einer Hörsituation der 2-Watt-Verstärker schon lauter als einem das recht ist. Aber das kann ja nicht der Maßstab sein. Oder zumindest ist das für mich nicht der Maßstab. So ein Verstärker muss auch mal irgendwie tagsüber spielen und ich habe auch mal Lust, ein bisschen lauter zu hören. Das heißt ja jetzt nicht Disco-Lautstärke, aber mal so ein bisschen lauter. Und wenn ich dann in Bereiche komme, wo sich, wir haben gerade über Musik gesprochen, die sich aufbaut, so ein Ding kriegt man auf einer Klassik-Scheibe natürlich den Anfang, wenn es da mal leise losgeht und so weit, kriegt das prima geregelt. Aber wenn es dann hinterher zu einem großen Finale kommt und ein bisschen Reserven irgendwie gebraucht werden und so weiter und dann der Trommler auf den Kesselpauken rumhämmert und so weiter und ganze Orchester-Vollgas gibt, dann geht das Ding nur noch ins Clipping. Also das sind einfach, 2 Watt ist dann, da muss ich dann schon wirklich Lautsprecher haben, die wirklich so ultra laut sind, über 100 dB Wirkungsgrad. Ja klar, dann kann ich auch mit 2 Watt so laut hören, lauter als mir das lieb ist. Aber so Lautsprecher hat halt keiner. Und deswegen würde ich sowas nicht empfehlen. Und deswegen habe ich auch in dem anderen Video schon gesagt, der Sweet Spot ist für mich in der Größenordnung so 15 Watt, 18 Watt. Da finde ich, wird es dann spannend. Da ist einfach immer genug Headroom da, auch wenn ich ein bisschen lauter mal höre, dass das Ding nicht sofort irgendwie in die Ecke gedrängt wird und irgendwie nicht mehr kann. Okay, so, andere sagen, ja so 8 Watt braucht man, das ist ja so die klassische Leistung von so einer 300b Endstufe. Und ich weiß, 300b sind der heilige Gral und die Fans lassen da auch nichts drauf kommen und das ist doch alles gut und schön. Aber ich persönlich bin mit einer 300b nie so richtig warm geworden, wegen der Leistung. Nicht, weil sie mir klanglich nicht gefallen hat. Klanglich finde ich die auch hervorragend. und am absolut 100% richtigen Lautsprecher kann die dann auch laut genug. Aber ich fand immer 8 Watt so, boah, hu, da komme ich persönlich mit meinen Vorlieben für Lautstärke und so weiter, komme da regelmäßig an die Grenzen. Wo ich so denke, ja, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, dann wäre es super gewesen. So, deswegen, so aus der Erfahrung heraus sage ich persönlich, so 15 Watt, da geht es los. Da gibt es andere Leute, die sehen das anders, die sagen 8 Watt reichen und gibt auch Leute, die sagen 3 Watt reichen. Das ist meine persönliche subjektive Einschätzung und da habe ich auch nicht den Anspruch, da irgendwie richtig oder falsch zu liegen. Ich sage euch einfach nur, sehe ich so. Da gibt es also auch nicht viel zu diskutieren. Wenn jetzt einer von euch sagt, nein, 3 Watt reichen mir vollkommen, ist das schön. Dann sage ich, ja, wenn das für dich so passt, ist okay. Ich persönlich empfehle aber keinen 3 Watt Verstärker, weil ich einfach sage, nee, der Einsatz ist zu eingeschränkt für mein Empfinden. Wenn du 2 Watt Verstärker empfehlen möchtest, tu das, ich tu das aber nicht. So, weil meine subjektive Wahrnehmung ist anders, aber wie gesagt, das hat jetzt keinen Anspruch auf ultimative Wahrheit und die letzte Allgemeingültigkeit, sondern ich sage einfach nur, so empfinde ich das. So, das war jetzt echt sehr, sehr viele Vorrede und so weiter und so fort. Eigentlich mache ich dieses Video, um mal drüber zu sprechen, bei diesem ganzen theoretischen Blabla und bei diesem ganzen Dogma und der ganze Wust, der da irgendwie so dran hängt. Das ist ja fast eine religiöse Unterhaltung, die man da so führt. Was kommt denn am Ende klanglich dabei rum? Ich finde, darüber müssen wir auch mal sprechen. Und da hat mich tatsächlich auch der Jürgen zu inspiriert. Und auch den werde ich in der Videobeschreibung verlinken. Boah, diese Videobeschreibung wird eine Menge Verlinkungen haben. So, der Jürgen, also I am mad, hat sich aus China eine Ohlchen gekauft, eine Eintaktröhrenverstärker. Diesmal Röhrenverstärker, das spricht böse Worte raus. Und zwar eine 845. Und eine 845, da kann man sagen, das ist so der König der Eintakter. Weil, also mehr Leistung kriegt man dann auch nicht mehr. Die 845 ist wirklich eine monströse Endröhre. Das ist eine ehemalige Senderöhre für so Funksendegedöns. Das Ding läuft mit deutlich über 1000 Volt Betriebsspannung. Das heißt, wenn man irgendwie so kleine Kinder und so hat, wäre das auch potenziell ein Verstärker. Den würde ich dann nicht unbedingt empfehlen. Weil wenn da mal was mit schief läuft, oh oh. Wobei eine KT88 hat auch über 800 Volt. Also da darf man sich auch irgendwie auch nichts vormachen. Aber, also Röhren und kleine Kinder sind, glaube ich, generell nicht so die allergeilste Kombination. Ne, aber das Ding ist halt ein richtiger Trümmer. Das ist halt, das hat richtig, richtig Leistung für einen Eintakter. Das liegt in der Größenordnung so 25 Watt, 25, 30 Watt. Da gibt es auch noch Varianten, die sind extrem ähnlich. Also es gibt noch eine Röhre, die heißt 211. Und es gibt eine Röhre, die heißt 805. Also diese drei, 845, 805, 211. Das sind so, das sind drei Senderöhren. Die sehen auch sehr, sehr ähnlich aus. Die haben ähnliche Größen. Und da kommt sehr ähnliches raus. Da kann man jetzt auch irgendwie lange diskutieren, ob jetzt eine 211 besser ist als eine 845 und so. Will ich mich raushalten, weil ich höre bei den Dingern nicht besser und schlechter. Ich höre die, ja, ja, okay, ja, die sind irgendwie einen Hauch unterschiedlich. Die klingen nicht exakt gleich. Ja, wie sollen sie auch, sind ja nicht die gleichen Röhren. Aber das würde ich nicht in besser und schlechter kategorisieren. Und die 845, das ist eigentlich so die bekannteste. Und das ist für mich, das ist einfach der König der Eintaktröhren. So, und ich habe ja auch schon öfter gesagt, irgendwie die 845 spielt wie der Hulk. Und jetzt kann man irgendwie diskutieren, ja, die 211 spielt von mir aus dann nicht wie der Hulk, sondern wie King Kong. Aber wie immer man das jetzt sozusagen klanglich dann bewerten will, was dann irgendwie besser ist, Hulk gegen King Kong. Da könnte man mal einen Comic draus machen. Klingt irgendwie nach Marvel, hat er noch eine Aufgabe vor sich. Aber ich glaube, im Hi-Fi müssen wir uns da nicht ernsthaft drüber unterhalten. So, das Ding ballert halt einfach richtig los. Das hat richtig Leistung. Wie gesagt, eine Eintaktröhre. Denn normalerweise sind die Leistungen da deutlich geringer. Ich habe gerade schon gesagt, eine 300B macht so 8 Watt in der Größenordnung. Auf einer EL34 Eintakt, die wird immer so mit 10 Watt angegeben. Das halte ich für extrem optimistisch. Ich glaube, da liegt die schon nochmal ein ganzes Stück drunter. Ich weiß nicht, warum die die immer so hoch raten. Also klar macht die 10 Watt mit 30% Clear natürlich. Also dass die dann nur noch verzehrt und übersteuert. Das macht schon sein. Aber im Bereich, dass die noch gut klingt, glaube ich, sind 10 Watt brachial übertrieben. So, da gibt es so eine KT88. Ja, die ist so bei 15 bis 18 Watt. Und wie gesagt, dann nach oben hin. 8,45. So. Und das Ding ist, klanglich haben ja die meisten so ein Klischee im Kopf. Wie eine Röhre klingt. Und ich glaube, das absolute Klischee von einer Röhre ist zunächst mal eine EL34 Pushpull. Ich glaube, das ist das, wie die meisten sich erstmal eine Röhre vorstellen. Ja, die bedienen einfach dieses Klischee von Röhre unglaublich gut. Eine EL34 Pushpull klingt in nahezu allen Varianten. Es gibt ein paar wenige brutale Ausreißer, die dann anders klingen. Aber ich sage es mal, in 90% der Fälle. Klingt die extrem warm, extrem rund. Die macht ein bisschen Bass auch. Aber die macht einen sehr, positiv würde man sagen, warmen, weichen Bass. Ich sage mal, so ein Schlabber Bass trifft es meines Erachtens eher. Also, das ist nicht so das Kontrollierteste, was es im Bassbereich so gibt. Einfach dieses Thema rund. Runde Soundwiedergabe. Das ist irgendwie so das, was eine EL34 ausmacht. Und da kann ich wirklich, ich sage mal, irgendwelche günstigen Konstruktionen, ich sage mal, so ein AMC Vollverstärker kann ich mir da irgendwie ranziehen. Ich kann mir auch von Joe Hiraga irgendwie seine legendäre JH50 anhören. Und ich kann mir auch eine Air Tide anhören mit EL34 Pushpull. Das sind natürlich alles drei unterschiedliche Qualitätsklassen. Und ich sage nicht, die klingen alle drei identisch. Das tun sie nicht. Aber der Charakter vermittelt sich. Die erfüllen alle dieses Klischee von, ich habe eine warm, rund, angenehm klingende Röhre. Ich habe einen Verstärker, mit dem kann ich 100 Stunden hören und da habe ich keine Hörermüdung. Das ist dann nicht der hochauflösendste Verstärker. Das ist nicht der feinste, feingeistigste Verstärker und so weiter. Das ist dann alles nicht. Überhaupt nicht. Aber das spielt, das gibt Musik immer einen wohligen Touch. Das gibt der Musik aber immer. Immer, immer. Und da kann ich auch irgendwas Nerviges drüber abspielen. Und das Ding macht es mir maximal weniger nervig. Das macht immer den Zuckerguss obendrüber. Und irgendwann, ich sage es mal so, ich finde 1134 Pushbull schon gut. Wirklich auch ernsthaft gut. Aber ich finde, irgendwann ist man dann genervt, weil man, oder geht mir zumindest so, weil ich dann denke, ich werde hier immer so in Watte gepackt. Und irgendwie kann das auch ab und zu, meistens finde ich das ja gut, aber manchmal will ich auch ein bisschen mehr Rock'n'Roll. Also manchmal muss das auch ein bisschen mehr knallen und das darf mich auch ruhig mal ein bisschen anschreien und anfiepen. Das ist ein schrömmelig aufgenommenes Live-Konzert. Ich möchte jetzt nicht, dass mir das alles abgerundet und mundgerecht serviert wird. Das darf auch mal ein bisschen Eck sein, wenn die Aufnahme so ist. Und so eine 1134 Pushbull macht das potenziell eher nicht. Die macht das wirklich Röhrensound. Das wird sich die meisten unter Röhrensound vorstellen. So, und dann gibt es noch so eine zweite Kategorie des KT88 Pushbull. Die hat auch einen sehr typischen Röhrensound. Ein paar Sachen decken sich auch mit einer EL34. So, aber die ballert einfach mehr. Die ballert einen ein bisschen mehr an. Bei diesen KT88 gibt es so zwei Schaltungen. Einmal als Ultralinearschaltung und einmal als Elektriodenschaltung. Und dann diese Ultralinear. Da gibt es Leute, die übertreiben das. Da wird die irgendwie zum Klischee ihrer selbst. Da gibt es KT88, das habe ich schon ein paar von gehört. Die klingen mehr nach Transistorvorstärker als der übelste Transistor. So Dinge haben meines Erachtens in der letzten Zeit, gibt es davon weniger. Ja, weil die meisten Leute, die eine Röhre haben wollen, wollen halt auch Röhrensound. Und das ist so eine Ultralinear-Kiste eher nicht. Das hat eher keinen Röhrensound. Das ist irgendwas anderes. Ich weiß nicht, was das ist, aber Röhrensound ist das definitiv nicht. So, und als Triode geschaltet, aber dann ist die dann auch klanglich, ähnlich wie eine EL34, auch tendenziell rund klingt. Nur einfach mit deutlich mehr Anschlag, mit deutlich mehr Punch, gerade so im Mitteltombereich. Aber in beiden Fällen, ob ich jetzt eine EL34 habe, oder ob ich eine KT88 habe als Push-Pull, die Masse der Verstärker, wie gesagt, man wird definitiv Ausnahmen finden. Ja, ich habe ja aber la, 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 und der klingt ja ganz anders. Ja, ist schön. Aber so die Masse wird so klingen, das spielt im Mitteltombereich. Ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger ballerig, aber das spielt im Mitteltombereich. Da ist sozusagen die Röhre zu Hause, da ist das Klischee der Röhre. Das, was ihr da so im Kopf habt als Klischee, das wird genau von diesen zwei Kategorien Röhren sehr stark bedient. So, und aber so eine Eintaktgeschichte, weil darum geht es ja gerade, eine Eintaktgeschichte ist klanglich ganz anders. Völlig anders. Das hat damit nichts zu tun. Überhaupt nichts. Also wer sozusagen, ich sage es mal, am krassesten mit einer EL34 Push-Pull, wer damit irgendwie anfängt und sagt, ah, das ist alles irgendwie total schön und klasse und das gefällt mir alles super gut. So, und jetzt höre ich da von irgendwelchen YouTubern und irgendwelchen Typen, die da auf Hörnern stehen und weiß der Geier, die texten mich immer alle zu, ja, ein Eintakter ist so toll. Eintakt musst du irgendwie haben, das ist der Gral, der heilige Gral, weil wir wissen ja, der beste Verstärker ist ein Stück Draht, Tri, Tra, Trulala. So, und wenn jetzt so jemand umsteigt und sagt, okay, dann höre ich mir doch jetzt mal irgendeine Eintaktbude an. Ich sage es erst mal auch als Rundumschlag, irgendeine, völlig egal. Dann wird sich der Effekt, den er mit der EL34 gewohnt ist oder mit seiner KT88 gewohnt ist, der wird sich da nicht einstellen. Das wird nicht noch runder klingen. Das wird nicht noch mitteltonbetonter werden. Oder, oder. Überhaupt nicht. Ich finde, diese Eintaktdinger sind in der Art teilweise, ja, wie, führt euch das auf den richtigen Weg, wenn ich das so beschreibe. Die sind teilweise mit Transistorgeräten vergleichbar. Einige wird es jetzt extrem gruseln. Ich weiß, dieser Vergleich ist jetzt ganz, ganz komisch. Ich meine das aber auch nur auf ein paar Eigenschaften bezogen. Das wird euch insofern an Transistorgeräte erinnern, weil das plötzlich auch, das hat obenrum richtig Auflösung. So richtig, richtig Auflösung. Das ist nicht mehr diese murmelige ich-mach-alles-Rund-Abteilung von der EL34, wie ich das gewohnt bin. Das ist plötzlich oben richtig so poff, offen. So richtig so Feuerwerk und ich sehe jeden einzelnen Sparkle. Das macht das. Genau das. Das ist richtig, richtig Auflösung. Absolut detailreich. Das macht Klangfarben einfach so. Ich sage es mal, so das Holz vom Instrument und so was, das höre ich plötzlich alles. Wo eine EL34 Pushbull das einfach alles schön gebogen hat, tritt jetzt, wenn ich jetzt eine Eintaktkiste dagegen höre, fällt mir plötzlich auf, ja, Moment mal, ja, die hat das schön gemacht, aber die hat auch ganz viel einfach unter den Tisch fallen lassen. Das ist ganz viel an Details, war einfach gar nicht da. Und jetzt höre ich so eine Eintaktbude und jetzt sind die ganzen Details da. Das ist ja irgendwie mal was ganz anderes. Aber irgendwie ist aber mein Röhrensound, der ist aber auf der Strecke geblieben. Ja, ich höre viel, viel mehr Details. Ja, ja, klar. Aber eigentlich will ich ja warm, weich und rund. Das ist das jetzt hier aber mal einmal so gar nicht. Nee, genau. Genau, das ist der Trick. Das kann man jetzt super finden. Ich finde das super. Das kann man aber auch total schrammelig und ätzend finden. Ja, weil es überhaupt nicht der Erwartung entspricht. Man hört schon noch, und das finde ich, macht es halt aus, man hört schon noch, ja, das hat halt immer noch ein Röhrenclear. Ja, das heißt, diese Verzerrung auf den Harmonischen, die sind natürlich immer noch da, die sind röhrentypisch. Die kriege ich auch nicht raus. Ja, das heißt, das schrammelt mich nicht an. Das tut es nicht. Ja, beim Transistor, wenn ich den hochauflösenden Transistor habe, da gibt es ja relativ viele Vertreter, die einen dann anfangen anzuschrammeln. Ein guter Transistor macht das natürlich nicht, aber die meisten sind halt eben nicht gut. Und die meisten, die werden auflösen und gleichzeitig schröchelig, hart, analytisch, kühl, was immer man ein Wort da benutzen will. Und diese Kombination, ich habe ein Transistorgerät, das klingt warm und weich und ist trotzdem sehr hochauflösend. Ja, das sind die raren Vertreter. Das sind ja die Dinger, wer das hinkriegt, der lässt sich da dauernd dann auch immer preislich absolut vergolden. Und aber selbst zu absurden Preisen gibt es davon dann trotzdem nicht so viele. So, das kriege ich bei einem Eintakt-Ding. Das ist warm und weich, aber das ist nicht warm und weich in Form von mumpfig, in Form von mitteltonzentriert oder, oder. Kein bisschen. Und das muss einem klar sein. Und deswegen spreche ich halt auch über einen Jürgen, I am mad, der sagt, naja, ich vergleiche das mit meiner FM-Akustik, Transistorgerät, und ich finde, die sind sich klanglich brutal ähnlich. Und da sage ich, ja, kann ich mir gut vorstellen. Der hat den FM-China-Klon, habe ich bis heute immer noch nicht gehört. Ich kenne halt nur das Original. So, aber das Original von der FM, das war halt, das war genau so ein Transistor, so einer unter ganz, ganz vielen, der halt richtig schön hochauflösend war, ganz viele Details, tolle Klangfarben und so weiter. Und trotzdem, weil er hat ja so eine ganz weiche, softe, ganz schönes Clear, so richtig röhrenartig hat er geklungen. Der hatte richtig, der hat man angeklemmt und hat so gedacht so, boah, hat das einen Röhrentouch und das für einen Transistor. Aber, ja, es gibt so Transistoren, die versuchen, Röhrenzauern nachzuahmen und das endet dann so halt wie so eine EL34-Push-Pull. Ja, dann verliere ich halt Details bis zum Gehtnichtmehr und der Bass wird irgendwie matschig und so. Das gibt es schon auch in Transistor. Na, aber, die FM macht das nicht. Die FM ist halt einfach so richtig schön fein, auflösend, schnell, durchhörbar. Also, so alle positiven Attribute, die man irgendwie so aufzählen kann, aber die ist dabei nicht harsch, die ist nicht kühl, die ist im Gegenteil, die ist ganz warm und weich, klingt die. So, und ein Matt sagt, naja, ich höre das gegen so meine FM und ich finde, der Unterschied ist gar nicht so groß. ja, genau, genau, das ist der Trick. Genau, das ist der Trick. Eine Eintaktbutze ist nicht dazu da, um euch zuzulullern. Das tut die nicht. Wenn ihr mit dem Klischee von einer Röhre an so eine Eintaktgeschichte rangeht, werdet ihr enttäuscht sein. Ihr müsst den Kram tatsächlich hören. Das ist auf der analytischen, detaillierten Seite. So, natürlich, das ist eine Röhre und eine Röhre kommt auch mit systemischen Nachteilen. Achtung, ich sage das jetzt mal ganz laut, für alle die, die mich wieder zutexten, mit, ja, du lobst da Röhren in den totalen Himmel und na, na, na. Naja, Röhren haben auch systemische Nachteile. Jetzt kommt eure Stunde. Hier könnt ihr jetzt die Ohren spitzen. Ich sage das ganz explizit. Eine Röhre wird niemals der Meister im Bass sein. Wird sie nicht. Bauhart bedingt nicht. Das Ding hat null Dämpfungsfaktor. Da ist ein Ausgangsübertrager drin. Das wird nie einen schnellen, straffen, kontrollierten Bass machen. Entweder, ich habe einen Lautsprecher, der genauso abgestimmt ist, dass der einfach keine Kontrolle im Bass braucht, weil der Chassis einfach von seinen Parametern, mein Chassis im Lautsprecher, einfach nur den Impuls braucht, die Anregung braucht und kontrolliert es von alleine. So Chassis gibt es ja, so Lautsprecherkonstruktionen gibt es ja durchaus. Da macht eine Röhre dann auch einen tollen Bass. Aber wenn ich das an irgendeinem Feldwall-Wiesen-Lautsprecher dran mache, der wohl möglich sogar einen ganz guten Wirkungsgrad hat, da kann da vom Bass was ganz Katastrophales bei rauskommen. Und das ist bei einem Eintakter teilweise noch schlimmer als bei einem Gegentakt-Ding. Und da geht es noch nicht mal um Lautsprecherqualitäten. Also bei meiner JBL 44-25 die mag keine Röhren. Die mag definitiv keine Röhren und die ist laut genug. Also die Lautstärke ist nicht das Problem. Aber wenn ich da eine Röhre dran mache, wird der Bass weich und murmelig und unkontrolliert und komisch. Kann die nicht. Das Chassis ist super, was da drin ist. Das ist aber einfach nicht für Röhren gemacht. Schlicht und ergreifend. Das ist ein Studiomonitor. Im Studio betreibt keiner Röhrenverstärker. Das kommt da nicht vor. Und entsprechend ist das Chassis dafür auch nicht. So, und dann muss man sich halt auf die Suche machen, um genau diesen raren Transistor-Verstärker dann zu finden, der dann damit astrein harmoniert. Wie gesagt, da gibt es dann nicht viele. Ja, und da, wie gesagt, darf man sich bei so einer Eintakt-Kiste einfach nicht bei aller Liebe, bei allem, was daran irgendwie schön ist und so weiter und so fort aber das ist der systemische Nachteil. Die haben halt nicht die Monster-Leistung, Dämpfungsfaktor haben die schon irgendwie überhaupt nicht. So, und dann wird es halt im Bassbereich schwierig und klar, so eine 845, wie der Jürgen die hat, ja, die kann den Bass dann natürlich eine ganze Ecke besser als ich sage jetzt mal irgendeine E1134-Eintakt-Kiste. Das ist klar, die hat ja auch irgendwie eine dreifache Leistung. Logisch. Die kriegt das dann schon besser hin. Aber das kontrollierte Basswunder wird das nie. Das muss einfach klar sein. So, und ich sage es mal, gerade im Bassbereich könnte, wie ja selbst, so eine E1134, könnte an dem einen oder anderen Lautsprecher dann besser sein. Obwohl ich sage, ja, der ist auch eher schwammig und weich und Wabbelbass, aber das schiebt untenrum dann trotzdem noch mal ein bisschen mehr als so ein Eintakt-Ding. Eintakter sind eine ganz, ganz tolle Sache. Aber, 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 und das darf man einfach bei all dem nicht vergessen, es gibt einen Grund, warum das nicht in Riesenstückzahlen gebaut wird und in jedem Hi-Fi-Studio rumsteht. Der Grund ist einfach, die, die Lautsprecherauswahl dampft damit richtig runter. Nicht nur vom Wirkungsgrad, wir, wie gesagt, ein paar Wirkungsgrad starke Lautsprecher gibt es ja, in fast jedem Hi-Fi-Laden finde ich auch mal irgendwie ein paar oder zwei paar Lautsprecher, die einen halbwegs okayen Wirkungsgrad haben. Das wäre jetzt nicht das K.O.-Argument. Aber Wirkungsgrad heißt nicht, ich brauche keine Kontrolle vom Verstärker und wie gesagt, genau das haben die nicht. Kontrolle haben die einfach nicht. Der Lautsprecher muss für diesen Verstärker gebaut sein. Wie gesagt, diese Lautsprecher gibt es, hier Voxativ oder sowas, das ist natürlich, ein Voxativ ist ja in meinem Kopf, es werden die Voxativ-Leute vielleicht ein bisschen das Gruseln kriegen, aber das ist ja für mich eine Petit Deluxe. Das ist ja genau das, was eine Petit ist, nur dann halt einfach sieben Nummern größer. Damit kann natürlich alles mehr und alles besser und so, ist ja klar. Aber das ist so. Ja, sowas funktioniert natürlich mit dem Eintakt-Ding. Deswegen haben die selber auch einen Eintakt-Vorstärker dann dazu im Angebot und sagen, ja hier, lass das mal damit laufen. Da setzt du dich aber auf den Arsch, wie gut das funktioniert. Klar, das ist halt so eine Firma. Und da gibt es wie gesagt noch zwei, drei mehr, aber bei ganz vielen, ich sag's mal, hier hab ich ja auch schon öfter erwähnt, so eine Tannery-Westminster, das ist mit Sicherheit ein toller Lautsprecher, aber ob ich das mit so einem kleinen Leistungsding, weiß nicht. Weiß nicht, weil irgendwie der 38er, der da drin steckt, meines Erachtens, so ein bisschen Kontrolle braucht der auch schon. Ja, vielleicht mit einer 845 geht das vielleicht, aber ich sag jetzt mal, so einer EL34 würde ich da auch eher nicht dranhängen. Auch wenn die von der Leistung laut genug wäre, aber das ist nicht kontrolliert genug. Das muss einem klar sein. Wie gesagt, bei diesem ganzen Eintaktgerödel, ich find das toll, ich find das super, ich find das klanglich auch extrem überzeugend, aber wenn ich einfach losgehe und da wild irgendwelche Lautsprecher dran stecke, dann werde ich in 90% der Fälle, werde ich enttäuscht werden und sagen, und feststellen, ja, das geht mit den Lautsprechern, aber leider nicht. Wenn ich den Verstärker will, brauche ich den passenden Lautsprecher dazu, und zwar den genau passenden, oder das funktioniert halt nicht. Ich finde, das darf man so bei dem Ganzen nicht vergessen, das darf man einfach nicht außer Acht lassen. Was immer jeder dann daraus macht. Ich erzähle das auch nicht, um euch sozusagen einen Eintakt Röhrenverstärker zu verkaufen, weil wie gesagt, viele denken immer, dann würde ich die ganzen negativen Seiten nicht erzählen. Dann würde ich sagen, ja, das ist klanglich ganz toll, das löst wahnsinnig toll auf und da hört ihr das erste Mal vernünftige Klangfarben. Ja, das ist schon so, definitiv ist das so. Aber dann würde ich hier an der Stelle aufhören und nicht weiter darüber sprechen. Jedes System hat systemische Nachteile und systemische Grenzen. Auch die Sachen, die ich toll finde, haben systemische Grenzen. Das ist die Natur der Sache. Und man muss sich einfach immer beide Seiten angucken. Was macht das toll? Was macht das nicht toll? Die Sachen, die es nicht toll macht, was kann ich unternehmen, damit die sozusagen sich entweder nicht bemerkbar machen oder auf ein Minimum reduziert werden und so weiter. Aber dazu muss ich erstmal akzeptieren und erkennen, was die negativen Seiten sind. Ich finde, wie gesagt, dass ich schon über beide Seiten spreche, dass ich das nicht einfach nur in Himmel lobe, weil ich das jetzt gerade mal toll finde. Ich warne sozusagen auch vor den Sachen, die da nach hinten gehen können. Natürlich gibt es auch Leute, ich habe auch einige Zuschriften von Leuten, die das nicht an den Lautsprechern betreiben, die dafür ideal sind. Er hat letztens jemand geschrieben, der hat sich genau so eine 1134 Eintaktkiste gekauft, weil es ist halt einfach saubillig und ich habe halt schon öfter über Eintakter gesprochen und so weiter. Und er hat keinen wirkungsgrad starken Lautsprecher, der hat eine englische Keksdose, die also alles andere als ideal ist und er sagt, boah, ich habe klanglich habe ich so weit noch nicht erlebt. Das spielt klanglich ganz, ganz, ganz toll. Ich bin ultra begeistert, aber laut ist irgendwie nicht. Sobald das irgendwie mal lauter wird an meiner Keksdose, dann fängt das Ding dann auch an zu zerren und im Bassbereich so tief runter und kontrolliert ist das irgendwie auch nicht. So und jetzt bin ich irgendwie total gearscht, weil eigentlich möchte ich den Sound gerne haben, der ist super. Ich hätte nur das gleiche gerne mit ein bisschen mehr Leistung. Ja, aber das finde ich nicht. Wenn ich jetzt einen Transistor dran mache, das schrammelt mich im Vergleich total an und den nächstgrößeren Röhrenheimer kann ich mir nicht leisten und das Ding hat zu wenig Leistung. Jetzt bin ich genau in der Position gelandet, in der ich nicht sein will. Jetzt bin ich unzufrieden mit meiner Anlage, weil ich jetzt weiß, was gehen könnte. Ja, auch das ist ein Effekt. Den kann das haben. Aber ich kann jetzt keine Beipackzettel am Ende der Sendung immer zeigen. Achtung, Hi-Fi kann auch Nebenwirkungen haben. Ja, das war so mein Statement zum Thema. Wie gesagt, diese Eintakt-Dinger, das ist schon alles irgendwie schön, das ist nice, ich finde das super, aber seid euch bewusst, das hat auch so seine negativen Seiten, beziehungsweise hat auch gewisse Ansprüche, die ihr dann an euch irgendwie stellt. Und so. Ich hoffe, das Video hat geholfen. In dem Sinne, bleibt mir gewogen und wie immer, Glück auf! auf! Bis zum nächsten Mal!